Und herzlich willkommen zu Wolfenstein mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Wir sind hier im Schloss und sollen Carolin retten. Ich glaube, die Carolin spielt auch in so Old Blood... äh, in... ...Sin New Order eine gewisse Rolle. Ich komm hier gar nicht raus. Wie komm ich hier raus? Ah, gar nicht wie das. Wo hab ich die Waffe jetzt? Wo hab ich diese... Gibt's hier irgendwo... Wartet mal. Ausgerüstet. Leichtfaust. Leichtfaust. Die werd ich mir mal ein wenig... Hier lagen ja noch welche. Wow. Nicht schlecht. Leichtfaust. Ein Treffer. Und das Vieh war weg. Diese Monströsität. Oder Monstrosität. Oder... Monstrumtrosität. Oder so. Da bin ich voll. Los, wir müssen Carolin finden! Ich werd erst mal hier... ...mich aufrüsten mit Munition. Wir müssen... ...da lang. Diesen Hof habe ich noch nicht durchsuchen können, weil... ...hier war ich noch nicht. Hier geht's eh nicht weiter. Hier gibt's aber lustige Geräusche. Brauch ich nicht. Ah, hier hätte ich auch noch... ...Muni gefunden für... ...die Faust Gottes. Oder so. Wahrscheinlich müssen wir hier durch. Und wahrscheinlich muss ich die jetzt wieder nehmen. Das ist der Flammenwerfer. Das ist die Partikelkanone. Gleich, Leute. 20 Schuss habe ich davon. Gleich habe ich wieder... ...äh... ...voll. Jetzt habe ich ja nur 19, weil ich sie ja benutzt habe. Hier war doch was. Alle verteilen! So, damit kriegen wir also Gitter auf und Monster tot. Sehr schön. Hier ist ein Drehrad. Da kann ich nicht dran drehen. Ich würde gern... Wir müssen Carolin retten! Ja, hier ist schon eine olle Höhle. Das bedeutet wieder nichts Gutes. Das kennen wir ja aus Oldblatt. Wenn die Nazis in der Erde buddeln, kommt nichts Gescheites bei rum. Oh, das geht nach oben. Ah, ganz schön schnell. Richtung Flossspitze. Hö? 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 So, nochmal Schwung. Hier ist eine Leiter! Ich hätte auch Buch klettern können. Aua! Und nun? Und nun? Ich kann hier noch nicht auf die Leiter. Gleich stürzt er ab. Auf Stichwort. Hier ist eine Tür. Hier geht's nicht weiter. Hier ist ein Schatz. Und weiter mehr... Ich kann den Hammer mitnehmen. Na gut, brauchen wir jetzt hier nicht. Irgendwas Unangenehmes gibt es hier noch. So. Okay. Mach ich. Ich hab aber die Muni voll. Hm. Ist sie das hier, die so liebevoll... ...stöhnt? Aha. Was ist das? Aha. Stell dich da mal rauf! Jung. Ja, machen wir gleich mit Zeitdehnung. So. So. Oben oder unten? Das ist hier die Frage. Ach, hier ist wieder so ein... ...Dingen in der Nähe. Und die Tür ist zu. Die kriege ich nicht auf. Dort gehen dann meine Kräfte nicht. Oh, Entschuldigung. Da ist es. Nicht mehr wäre davon zu sein. Die Tür ist zu. Gut. Nehmt wieder die, dann nehm ich die auch. Er ist direkt... Lebst du noch? Ja. So. Denn mal wieder Muni sammeln. Deswegen hab ich jetzt auch das Magazin nachgeladen. Ah, ich hab's gekriegt. Ich hab's noch gesehen. Da, Beutekunst. Muss irgendwo ne Energiequelle geben. Mit der wir dieses Schild... ...ausgeschaltet bekommen. Und wo dürfen die Jungs? Bist du. Äh, sie? Ne, fünf. Fünf ist nämlich die Knarre. Ja. Ich schieße wie ein Schaf. Ich muss mit meinen Kräften aushalten. War hier oben so ein... ...Schweieraufladungsdinge? Ne, ne? Ach, ist jetzt auch egal. Ich geh erstmal runter. Hier ist eins. So, gut. Da ist noch so ein... Wir müssen hier irgendwie die Energiefelder auskriegen. Die Tür ist nicht zu öffnen. Wo ist denn das Ding? Da ist ein Hebel. Gut. Da oben irgendwo? Der wollte werfen. Ich versteck mich. Nix passiert. Da ist das Ding. Gut. Ich will nur schauen, ne? Ihr wisst. Irgendwelche Nettigkeiten zum Sammeln. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's weiter. Hier ist eine Tür. Hier kann man Energie aufladen. Ich bringe diese Gefangene zum Dach. Der Amerikaner darf mir nicht folgen. BJ, BJ, ich bin hier drüben. Da ist der Spion. Der schießt ihn. Lass mich los. Körper, Affe. Hilfe, BJ. Hilfe. 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 Das nehme ich noch mit. So viel Zeit muss sein. Ah, ich hab's gesehen. Gerade so. Oh. Das möchte ich gar nicht genauer wissen, was die hier wieder gebaut haben. Das sind so eine Monster. Das haben die nicht gebaut. Ich glaub, die kommen aus dem Spalt. Aus dem Schwarzen Sonne Spalt. Den Dimensionsspalt. Oder... Ja, schmeiß mal noch eine Handgranate. Ich steh neben dir. Idiot. Ich zieh die ganzen Geheimdokumente. Ja, ja, ja. Ich hab sie wirklich gesehen. Ist jetzt hier Ruhe. Meins. Und da drüben war noch ein Schrank. Wir suchen mal. Vier von sechs. Kann man hier auch noch hier? Das Handgranaten brauche ich nicht. Hier ist eine Art Funkstation. Nein, nix versteckt. Da scheint's weiter zu gehen. Die Tür ist verriegelt. Hier ist auch kein... ...ne Sonne drauf. Ich wollte schon wieder Stern sagen. Hier ist wieder so... Ah! Aha, hier bin ich. weiter. Wir müssen Kampfer in den Schrank. Ich kann... Ich kann durchschießen. Dann machen wir das mal. Ich hab ja mein eigenes Schild. Da hinten ist noch einer. Ich glaub, ich nehm mal die fünf. Ach, das war einer von meinen. Die waren auch schon wieder hier. Hab ich gar nicht geschnallt. Gut. Oh, wo ist er? Granate! Granate! Komm, ist das Ding wieder an. Ich hab's hier umgangen. Ach, da ist noch eine. Ich hab' ich auch umgangen. Ja, ich weiß, ich könnte das Schild benutzen. So. Hier muss ich, glaub' ich, rein, ne? Das sieht alles so gleich aus. Als ob ich hier schon war. Hier gab's Munition. Hier war ich noch nicht. Eine Bibliothek! Auf welcher Taste ist... Das sind meine Kräfte. Auf welcher Taste ist diese Waffe? Ah, da hinten! Hm. Hier ist so'n komisches Geräusch. Ganz komisch. Da, da, da. Sag' ich doch! Wann, hier ist noch einer, ne? Kann ich hier hoch? Nein. Schwer auf, so dämlich zu lachen. Das Geräusch ist aber nicht weg. Denken. Sie sind genial, weil sie sich fesch... decken können, aber das sind sie nicht. Ah, alt F. Hier ist noch einer. Nein, ich dachte. Nein, 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 nein. Interessant, interessant. Hm? Hm. Da ist ne Tür. Nix versteckt. Ja, ich weiß, dass ich hier lang muss. Immer auf mich! Bin ich hier oben irgendwo? Eine, eh. Da kommt der. Hier geht's weiter. Oh! Geht's hier wirklich weiter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Von hier sind wir doch gekommen, irgendwie, ne? Kommt mir bekannt vor. Hier ist ein Gitter, aber ich muss ja hier lang. Das macht keinen Sinn, wenn ich da jetzt drauf ballere. Ich lebe mir lieber meine Muni auf. Bin ich jetzt hier im Kreis gelaufen, oder? Nee, wenn ich das hier so seh, mir deucht, aber ich kann mich doch irren. Ja, komm mal hoch. Irgendwie. Klappt das hier im Moment nicht so gut? Geil, hier ist was zum Auftrag. Wo seid ihr? Wir gehen mal hier hoch. Ich doch. Ach, jetzt sind wir auf der Seite. Hier haben wir sie zuletzt gesehen. Genau. Äh. Die Tür ist aber zu. Aber hier ist eine Sonne. Da habt ihr nicht mit gerechnet, ne? Hm, 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 hm. Hier liegt wieder Muni. Und zack. Und Muni. Und mehr nicht. Und hier oben geht's weiter. Oh, hier kann man durchgucken. Ah. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir in der nächsten Folge Carolin finden. Jetzt machen wir erst mein Päuschen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.